Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Volkskrieg. So starten wieder, aktiviert ist und attacke. Ganz haben wir es nicht geschafft letzte Folge, aber das machen wir jetzt. Vielleicht noch etwas streckentechnisches einfahren. Wollen wir mal einen Anhänger schnappen, damit ich vielleicht ein bisschen vom weiteren Kurs was machen kann. Machen wir wieder mal eine AD-Folge. Die Autosweif einbasteln. Aber ich könnte dann auch mal gucken bei der BGA, wie es dort aussieht. Und Sachen. Ich sag schon. Figurnes Zeug. Hier Ballen. Wie weit die es mittlerweile sind. Ist es zum Glück gleich? Ne, Mann. Das zu wichtig ist und Überfalle. Ich weiß auch�nen. Sai, das war ein paar Wüger walterert. Und ich knifze Legge. Őriggerät. Nichts ausgelie Tenkt crack? LeRofer funktioniert sehr. Was war das Sinか? Favorite macht? Alles lächer ist von YouTube. Alles klarstatt? siglo Achts champkin. Dass du sonst大家都 tanzen. Jaschan? Fast gestert? Dass du jetzt? Guckss? Die letzten Meter. Da kommen wir schon mal. Pass auf Werkstatt. Da fahren wir sein Ding. Wir sind in die letzte Folge schon angekriegt. Vor dem Tanken. Aber gleich die Strecke ein. Und gucken ob die Funk zinnuckelt. Was habe ich gesagt? Kann man überhaupt. Die nenne ich mal. Relativ zentral. Ich verstehe wie es aussieht. Sieht ganz zannara, sagt man, dass die Tankstelle hier. Neupala. Zumindest mehr sehe ich gerade nicht. So haben wir fertig gewollt. Jetzt ist die Flüge geguckt. Können wir es leider mal gucken. Mal gucken. Und da haben wir nichts. Da ist nichts. Das wird auf der Franz-Holzenberg. wo so eine ganze Anzahl von Tankstellen war. Was ich jetzt hier so sehe, habe ich nur eine Zappsäule gesehen. Hier ist der Topf. Starbuck ist die einzigen Zelle. Nennen wir das Ding durch Tankstelle. Wenn das mal im Standort der Funktion ist. So, jetzt gehen wir schon mit zum Kerlverhaufen. Ich bin hier fest. Ich bin hier fest. Soll ab. Oh, ich bin hier schläbbel. so die walze haben wir auch schon nach so die weibchen machen wir eine reparatur so werden wir die walze wegrollen hier kommen wir gerade die hinteren bin ich dazu jetzt krassig geworden mittlerweile so spät holen wir schon mal den anhänger so 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 Ich bin hier. Oh, ich bin mit mir. Ich bin hier. Ich bin hier. ... 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 jetzt mit absicht hier auf diese und durch Spur und Attacke. So was soll es eigentlich machen jetzt? Gucken wir, fährt eh nur was gequetscht ist oder vorn? Frage dreht auf dem Hof oder fährt die Hals? Ja, dreht auf dem Hof. Ja, dreht auf dem Hof. So, da wäre die Gewächshauser, da der Weg, schon noch fremden Leitwagen. Da ist was er macht bis jetzt. Ich bin der Zeit begeistert. Das auch. Wir fahren so lange wegen den Kreuzungen ran. Was verständlich ist. Er hat aber den Regue gewählt. Passt du. Jetzt haben wir es ja noch. Mal kurz hier reingucken. Mal kurz hier reingucken. Jetzt noch nichts haben. Gleich jetzt mal hier. Von hier oben. Hier runter mache ich von hier oben an. Bis rüber zum Viehhandel ist er ja fast. Die Strecke werden wir jetzt mal fahren. Mal gucken ob man es in der Zeit hinbekommt. Zumindest eine Spur. Vielleicht wäre es ja nicht. Die ganzen Hauptangebogen eingefahren sind. Oh. Ich bin falsch gefahren. Ich hätte jetzt eher rein müssen. Ich wollte nach oben kommen. Ich wollte mich nicht irgendwann denken. mal sehen genau vielleicht 90 vielleicht 90 Das ist ein bisschen schmerz. So telle, das ist ja so fast. So passt das. Die Daten starten hier so. Und die Aufzeichnung läuft die Attacke. Nichts zu schnell. Rücken. Wenn wir das oben lang bringen, nichts wird folgen der gelben Linie. Ein bisschen eine Art Farm oder sowas. So. Ob die da hinten. Der Quäler noch im Getriebenwerd nicht einfahren. Also ich sehe das drunter sprickelt. Oder muss ich jetzt durch. Die Oben, da oben, dort hochfahren brennt nichts. Deswegen weiß ich dass es hier noch mal überd номert. Das ist jetzt eine Wachstum für die Oben. Warum weiß ich das nicht? Okay. Oh, ich werde das nicht im Weg. Wir haben hier noch eine Produktionsstätte oder so ein weiterer Ort. Wir fahren gerade. Und dann machen wir andermals, zumindest unten, dass hier ein Knüppern ist. Das können wir ja noch lernen wie nicht. Die Sündenstrecke, die ich dann eventuell blau einfangen müsste. Oh, sind ja voll gerne angekommen, aber das Ding machen wir noch. Die Zeit nehmen wir uns. Das müsste langsam die Bobbel schon kommen, oder? Und da sind sie doch schon. Da sind sie doch schon. Und dann kommen wir noch ein bisschen zur Haltelinie. Weiter so. Und. Stopp. Und damit wir uns nicht auf den Sack gehen, machen wir das jetzt so. Aber das Anknüppern mache ich jetzt sind off, weil wir sind ja schon am vollkommen angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.